Ein Berlin-Spot beginnt üblicherweise mit dem Fernsehturm. Dann wird uns erzählt, dass Berlin ein richtiges Abenteuer sei. Und so einzigartig. Hip, cool. Aber natürlich auch immer mit Augenzwinkern. Hauptsache, immer gut drauf! Ein Tinder-Spielplatz für Alleinherziehende. Offen für alle und jeden. Altes weicht Neuem. Einmal hier will man nie wieder weg. Eine richtig tolle Stadt. Aber wem gehört die Stadt morgen? Höf, cool. Feier Christen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.